Ich dachte, das hätte sich schon im ganzen Verein rumgesprochen. War ein Riesenskandal. Ja, war wirklich ein Riesenskandal. Willkommen bei Trophäenschrank. Hier heute mit Annike Borbe. Hallo. Und Camilla Küber. Hallo. Ich gebe euch von der Mitspielerin quasi die Erfolge. Schritt für Schritt. Ihr müsst erraten, wer es ist. Es ist so gestaltet, dass... Schön. Ihr dürft dann, wer jetzt erstes erwähnt, buzzern. Die letzten ein, zwei Trophäen sind dann immer sehr offensichtlich. Dann wird es auf jeden Fall klar. Okay. Sind das alles Mitspielerinnen? Das sind alles Mitspielerinnen. Okay, und wir fangen an mit der ersten Trophäe. DFB-Pokalsiegerin. Ich sage euch nicht, welches Jahr. Ist eindeutig. Manchmal sage ich euch das Land, aber das Jahr. Ja. Ja. Also weiter? Gerne, ja. U17 Europameisterin. Oh. Ähm. Okay. Weiter? Ich sage weiter, ja. Ja. U19 Europameisterin. Krass. Können das nicht immer noch viele sein? Weiter. Oder? Ja. Meisterin in der zweiten Bundesliga Süd 2010. Okay, da kann man ja... Das ist schon ein bisschen älter. Ja, eins weiter, glaube ich, noch. DFB-Hein-Pokalsiegerin. Okay. Auch nicht. Auch nicht. Ja, das ist ein bisschen tricky, muss ich sagen. Und das Letzte. Lisa Schmitz. Das ist richtig, ja. Hm. Das, also, ich würde jetzt mal einen Spruch einlegen. Weil der Laptop doch so... Nee. Ja, ja, ich weiß. Tut mir leid, aber... Gut sichtbar. Ja, beste Toilterin beim heilen Pokal 2014 und 15. Das erwähnen sie auch häufig, ja. Echt? Okay. Jetzt will ich nochmal ganz kurz gucken. Ah ja, das nächste wird einfacher beim letzten Leiter. Wir haben deutsche Meisterin 2022. Mhm. Weiter. Deutsche Pokalsiegerin 22 bis 24. Ist also seitdem auch schon hier. Mhm. Ja. Weiter. Weiter. Sie war Torschützenkönigin in ihrer Liga. Oder in ihrer heimischen Liga. Ich sage nicht welche Liga, aber es wäre zu einfach. Okay, ich glaube, aber ich würde noch... Ein Zweiter. Ja. Islet ist der Weiße. Sven des Jonsson, ja. Das ist richtig, ja. Ja, das ist schwer da, ne? Ja. Tor des Monats im Juli 2022. Alex Popper. Das ist richtig, ja. Jawoll. Okay, krass. Warst du da übrigens noch beim Quiz? Ja, beim Quiz. Ich weiß es noch. Ich weiß. War das beim VfL-Quiz? Ja, es wurde nicht berücksichtigt. Ach so, okay. Ja, das wusste ich gar nicht. Wertvolle Punkte gekostet. Ich dachte, das hätte sich schon im ganzen Verein rumgesprochen. War ein riesen Skandal. Ja, war wirklich ein riesen Skandal. Dann fangen wir mit... Machen wir weiter mit der nächsten Spielerin. Vize-Europameisterin 2022. Mhm. Mhm. Können einige sein, oder? Mhm. DFB-Pokalsiegerin 23-24. Mhm. Willst du, oder willst du nicht? Jule Brand. Das ist richtig. Boah. Ey, Junge. Sollen wir schon abbrechen, oder? Ja. Ja, aber U17 der Obermeisterin für zweite Medaille und Golden Girl war das letzte gewesen. Okay. Ich kenn die ganzen Namen noch nicht. Jetzt fangen wir ähnlich, oder ja. Sag ich mir vielsagend an. Deutsche Meisterin 22. Mhm. Mhm. Weiter? Ja. 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 DFB-Pokalsiegerin 21-24. Weiter. U19 Europameisterin 2015. Okay. Weiter? Ja, weiter. Silbermedaille bei Olympia 2020. Oh. Ja. Ich hab ne Ahnung. Guck mal. Noch einen? Mhm. Ah, scheiße. Bronze bei der WM 2023. Das ist noch nicht so lange her. Nein, 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 nein. Doch. Musst du jetzt was sagen. Becks? Das ist richtig, ja. Das letzte wäre jetzt gewesen. Schwedische Meisterin 2020. Nacki. Wer ist bei Schweden dann? Jetzt klick gemacht. Ich sollte mich mehr mit den Menschen unterhalten. Nächste Spielerin. Olympiasiegerin 2016. Mhm. Weiter? Ja. DFB-Pokalsiegerin 2021-24. Mhm. Ja, nee. Ja, weiter. Deutsche Meisterin 2022. Mhm. Weiter. Algarve Cup-Siegerin 2014. Mhm. Ja. Okay. Meisterin der 2. Bundesliga-Siegerin. Oh. Kati Hinrich. Das ist richtig. Ja. Ja. Oh, wow. Ja, gut. Muss schneller sein. Muss auch mal passieren. Muss auch mal passieren. Muss schneller sein. Gucken wir mal, wer ich will. Ja. Ich hätte auch nicht Kati gesagt. Also von daher. Ja. Okay, wir fangen an. Zweimal. Das ist der niederländische Pokal. Zweimal niederländische Pokalsiegerin. Ja. Weiter. Ja. Algarve Cup-Siegerin damals wieder 2018. Hm. Weiter. Okay. Weiter. U19-Europameisterin 2017. Oh. Hm. Es wird schwierig, ja. Okay. Aber ich glaube, bei der letzten Pakt bis jetzt. Vize-Weltmeisterin. Wissen wir das? Können wir mal die Weltmeister durch? Oder die Verlorene. Die, ich wollte gerade sagen. Okay, warte mal. So. Ja, weiter. Ich mach mal weiter. Europameisterin. Oh mein Gott, was ist das? Deutsche Meisterin. Hä? Das letzte Satz. Ich häng total. Ich glaub, das letzte macht's. Ja. Vielleicht sind mich auch alle nicht prüren. Ja. Dann haltet schon mal eure Hand am Buzzer. Italienische Pokalsiegerin. Ach du wieder. Hä? Was? Ja. Es sind vielleicht nicht nur... Oh. Oh mein Gott. Oh, wow. Ah, ich hab die... Okay. Das war's. Oh Gott, ja ganz gut. Wenn ich jetzt nicht verzehrt habe, hat Camilla gewonnen. Ja, Glückwunsch. Megaspiel. Knapp. Richtig knapp. Ja. Ja, vielen Dank für eure Zeit. Dankeschön. Immer wieder gerne, wenn's so läuft. Wie ist denn, jetzt? Nein, danke.